Und können dann vielleicht mal auf die andere Seite rüber, nämlich dorthin. Was haben wir denn hier alles? Ich denke schon. Es sei denn, es ist da doch noch irgendwie ein Geheimnis oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Guck mal eben. Oh, hier ist nichts. Oh, hier ist wirklich nichts. Hier kommt man auch noch runter. Also wieder zurück. Ah, da leid. Okay. 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 Ich glaube, hier kommen wir nach Kakariko. Oh, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist mir hier hoch, genau. Ach ja. Hier gibt es ja noch kein Portal. Äh, wo sind wir hier nochmal? Ach, das Truhen-Spiel. Genau. Alter, machen wir das mal. Okay. Wir schummeln aber nicht. Okay. 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 Ja, das ist so der kleine Trick. Man kann hier ja echt viel kriegen. Wieder raus und wieder rein. Da ist ja erstmal egal. Wir brauchen gar nicht so viele Rubine. Ne? Auf jeden Fall wissen wir, dass wir hier so ein Truhen-Spiel haben. Hier waren wir schon. Da haben wir das Herzteil geholt. Hier haben wir nichts, oder? Ne. Hier haben wir alles schon. Hier ist auch nichts. Hier ist immer noch ausverkauft. Ja, nix. Gut. Dann haben wir nach Osten. Ach ja, hier ist ja die Farm. Aber von hier aus findet man erstmal nichts. Wir müssen hier hoch. Ah, und da müssten wir da unten rein. Erst wenn mein Klege wieder auftaucht, können wir das Schwert herraten. Ja, das bringt jetzt sowieso nichts, weil wir noch nicht mal das Master Schwert haben. Wenn wir das haben, dann können wir da hin. Gut. Gut. Wir können gucken, dass wir die Flöte irgendwann finden. Ich weiß gar nicht, wo wir die finden. Ich weiß gar nicht, wo wir die finden. Ich glaube, die finden wir im Jenseits. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir zu erledigen haben. Nee. Hier gibt's nichts, was wir noch kriegen können. Zumindest weiß ich davon jetzt erstmal nichts. Ah. Ein Herzteil. Na ganz toll. Warum sind die Drohnen dann hier schon leer, wenn ich da oben nicht mal das Herzteil habe? Gut. Wir haben jetzt als nächstes das dritte Amulett noch. Dann kriegen wir das Master Schwert. Das wird auf jeden Fall spannend. Gut. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich will ja mal gucken. Äpfel, 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 Äpfel. Mehr kriegen wir hier nicht. Anscheinend. Ja. Dann bleiben wir erstmal noch direkt. Weil, äh, wir müssen ja eh gucken, dass wir, äh, erstmal das Amulett haben, bevor wir das zum Master Schwert überhaupt machen können. das Amulett, die Amulette der drei, äh, Kräfte, der drei Mächte. Ach, müde bin ich noch. Habe ich euch aber auch schon gesagt. So, was haben wir denn hier? Wir haben auch noch einen See mit einem, mit einem Strudel drüben. Mal gucken, wo der uns hinführen wird. Ach, hier unten. Also gehen wir hier mal hoch. Und gucken uns hier mal an. Und hier ist wieder eine Mühle. Mal sehen, was uns da erwarten wird. Ah, ich weiß, wo wir hinkommen. Da geht's zum Todesberg. Da wollen wir jetzt erstmal noch nicht rein. Da gehen wir gleich erst rein. Gut, hier sind wir soweit richtig. Ähm, hier sind sie noch am See, ne? Da ist noch ein Herzteil. Das können wir jetzt noch nicht schnappen. Ähm, geht's hier oben noch rein? Hier geht's, glaube ich, noch in den Wald rein. Stimmt. Stimmt. So, ab nach. Oh, hier ist auch noch mal ein Geheimnis. Ein Herzteil bestimmt. Genau, wir haben jetzt acht Herzen. Das kann sie sehen lassen. Und hier haben wir, glaube ich, wieder was. Ach, ne, hier ist ja nur die Kathedrale. So, dann pappen wir. Da, durch. Rein ins Grab. Ah, stimmt. Das war, um hier ranzukommen. Hier gibt es nämlich das nächste Herzteil. Oder zumindest andere Schätze. So. Gut. war auch erstmal genug. Und sind dann wieder in der Kathedrale. Bei Zelda und dem alten Mann. Ein Rundgucken hier. Ich weiß ja nicht. Ach ne, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Genau. Was wir jetzt hier theoretisch machen können. Von hier aus. Wir können hier in den Strudel gehen. Da kommen wir wieder ganz woanders raus. Und sind vielleicht sogar in der Nähe des Mannes mit dem Schild. Ich werde mir auf jeden Fall mal umgucken. Ich habe heute schon so oft so gesagt. Aber es soll ja nicht stören. Komisch. Aber ich werde bei ihnen hier auf jeden Fall und da kommen rauskommt. Drei! 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 Irgend'n Trick gab es. Irgend'n Trick. Ich weiß nur nicht welchen. Oh, egal. Auf jeden Fall, diese Biene hilft uns. Das müssen wir jetzt. Spätestens jetzt. So, ab im Strudel und dann ab auf den Todesberg. Der Todesberg fordert auch so ein bisschen heraus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Weg nach oben ist dann doch schon ein bisschen länger als die anderen Wege. Nee, hier war falsch. Ach ja, genau, wir müssen hier lang. Das ist Vorteil. Ich weiß nicht.